Viele Alltagssituationen kommen in Begleitung störender Gerüche, die oft lange in der Luft liegen. Unterbewusst werden Orte und Situationen deshalb oft gemieden. Die gute Nachricht, Skywell löst diese üblen Gerüche in Luft auf. Und das genauso einfach wie genial. Skywell reinigt zuverlässig und sicher auf molekularer Ebene. Zurück bleibt ein Wohlgeruch frischer Luft, der an einen Waldspaziergang erinnert. Skywell besteht zum Großteil aus österreichischem Gebirgswasser. Hinzu kommen ätherische Öle. Anis, Pinie, Limonen, Zidernholz und Nelken. Diese natürlichen Inhaltsstoffe machen Skywell auch so sicher. Es ist weder entflammbar, noch ist es giftig. Skywell enthält keine Lösungsmittel und ist daher auch biologisch abbaubar. Skywell kommt ursprünglich aus der Industrie. Die, von dort, wo es wirklich stinkt, Kläranlagen, Mülldeponien, Reinigungsanlagen und viele weitere Industriezweige werden seit vielen Jahren wirkungsvoll von Skywell neutralisiert. Hinter Skywell steckt technisches Know-how und Wissenschaft. Der hochwirksame Prozess lässt sich in drei Schritten beschreiben. Skywell tritt mit Luft in Kontakt. Schlecht riechende Moleküle werden dabei von Skywell-Molekülen angezogen. Skywell-Moleküle gehen mit den üblen Gerüchen eine Verbindung ein. Schlecht riechende Moleküle werden umgepolt und neutralisiert. Das Ergebnis ist unmittelbar spürbar. Die schlechten Gerüche wurden eliminiert. Zurück bleibt natürlich frische Luft. Skywell sorgt für Frische in Hotels, Restaurants, Fitnessclubs, Krankenhäusern, Schulen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Mietwegen, sogar Ihr Haustier können Sie damit besprühen. Die Skywell-Produkte werden seit vielen Jahren in Österreich hergestellt und abgefüllt. Für eine Vielzahl von Anwendungen sind die Skywell-Produkte in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Skywell Spray ist bestens für die Beseitigung von schlechten Gerüchen in der Luft und auf sämtlichen Oberflächen geeignet. Skywell Gel – die beste Wahl bei anhaltenden üblen Gerüchen. 24 Stunden, 30 Tage lang beseitigt es schlechte Gerüche zuverlässig. Skywell Multi-Use – der stärkste Geruchsentferner in flüssiger Form, hilft bei äußerst hartnäckigen Gerüchen in Textilien. Skywell – ein hochwirksamer, biologisch abbaubarer Geruchsneutralisator, löst üble Gerüche sicher in Luft auf.